So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact. Wie geht's zurück? Oh, dahin? Okay. Ich sehe, wir müssen uns wieder heilen. Das hier ist das zu gut. Komm schon. Das ist ein One-Hit. Sehr schön. Ist hier was? Warte. Erstmal da hin. Damit wir die Map freigeschaltet haben. Oh, das ist nur so ein Ding. Ah, cool. Hier waren wir schon mal, oder? Ist das nicht das? Ja, das finde ich wohl behindert. Wir gehen einfach weiter. Oh, wir können da... Du bist der Übeltäter. Oh, das ist nicht so schwer. Windblade. Windblade. Sehr schön. 300 Moher. Windmühlen. Asta. Offen steht dir diese Welt, wenn Edelmut dein Herz erhält. Cool. Freigeschaltet. Also hier unten ist das Level 30er Gebiet, ja? Da wo auch der Fluss uns trennt. So. Statue D7. Statue anbeten. Die haben wir. Geil. Noch mehr Ausdauer und ein Level Up. Cool. So. Das nehmen wir mit, das da unten. Oh. Da oben ist auch was. Zweimal sogar den da. Liegt der schon weg? Ne. Der muss doch erst warten, bis wir in die Nähe kommen. Erst dann darf er doch wegfliegen, oder? Das ist nicht schlecht. Oh nein. Oh, der fliegt jetzt schon weg? Okay. Gut. Dann lassen wir das gleich. Mann, dieser Busch, ey. Komm. Nichts Persönliches. So, hallo Leute. Warte. Okay, machen wir. Wird repariert. Fertig. Gern. Wird repariert. Fertig. Wird. Es funktioniert! Es ist ein Klipper. Es ist ein Klipper. Ach, wir durften uns das ausdrucken, ne? Entschuldigung, ich wollte nicht... Der Fuchs im Löwenzahn, naja, what the hell? So, wo ist das Teil? Es ist weg. Es ist gar nicht gespawnt. So, Jean hat gemeint, von wegen, verspätet euch nicht, aber naja. Die stehen da ja auch noch rum, ne? Wollen wir den noch einsammeln? Ne, komm. Das ist unsere Klippe. Gab's da keinen besseren Weg? Hier, da... Ich würde gerne den da freischalten. Verfolgen... Wir schalten hier mal die Teleportationspunkte frei. Das spart uns Arbeit für später. Wir müssen das ja sowieso machen. Na gut, Jean hat gemeint, verspätet euch nicht. Aber wir sehen hier ne Kiste. Aber wir sehen hier ne Kiste. Wir kommen später zurück. Wir kommen später zurück. Oh, das schaffen wir gar nicht. Okay, doch. Er kann alles. Wow. Du bist krasser als Narako. So. So, was noch? So, was noch? Und dann können wir gehen. Ich rücke alles. Ich rücke. So, was noch nicht? Ich rücke... Ich rücke... Es rücke. Du bist gut. Ich rücke. Ich rücke. Doolon, hallo? Oh, nein. Auf zu klettern, ey. Wie geht das nicht? Warum geht das nicht? Oh. Ach, das geht mit Feuer. Elektrisi... 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 Alter. Warum kann ich das nicht lesen? Elektrisierter Kristall. So. Das war gerade ein Zungenbrecher. Für mich jetzt. Warte, da ist das da? Ne, wo ist das? Da unten. Hm. Lustig, wie das platziert wurde. Warte. 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 Das ist gut. Ich glaube, die König von Favonius haben sie auch gemacht. Wir verstehen es, Master Diluc. Alle, bitte stecken. Ich, der Best-Wandering-Bard von der Mortal-Welt, beginne meine Leistung mit dem Holy Liar. Du hast was getan, kann nicht nicht getan. Dann, warum sehe ich die Schmerzen in deine Augen? Schmerzen, die von deinem Begrüßung für dieses Song? Wir sind kommunizierend. Nein! Nein! Du bist nicht von ihm, der Dragon. Er hat dich zu retten, allein. Jetzt, er versucht, dich zu verabschieden. Schmerzen, Betos! Lass deine Rathbester! Der Monster hat dich bereits zurückgezogen. Das ist Ventis Barbatos. Nein, hör auf mich! Die Zeit ist für den Dragon. Danke! Du hast deine Rathbester. Die Rathbester ist eine Bote. Oh, was sie in deinem Begrüßung? Du musst die Rathbesterin auch auszutauslos. Barte! Venti! Please be careful. Barte! You've known my true Identity for some time now, War denn das in großer Gefahr? Oh, Diluc... Though he dislikes the knights of Favonius, he protects Mondstadt in his own way. Oh, why does our little Paimon sound so doting all of a sudden? Wait for my word. I'll be sure to let the Abyss Order know that their blatant disregard for Mondstadt will not go unpunished. Wow, Venti is Arbathos, the god. Oh. This is the sister. Your highness, your humble servant returns. When your homeland returns to this world, we shall revel in its glory. Oh. 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 Also das Ding hier. Können wir das mittlerweile öffnen? Öffnen. Immer noch null. Schlüssel zu den Schreinern der Tiefe in Mondstadt. Keine Ahnung wie man die kriegt. Was ist das da? Hat der Holzschild? Wer hat Eingriff mit Hilfe eines großen Dendro Holzschildes ab? Dann greift auch damit an, wenn man den Schild nur irgendwie entflammen lassen könnte. Ah, Feuer brauchen gegen die Schilder. Gut zu wissen. Errungenschaften. Da noch drin. Ich frag mich wie viel wir haben. Oh noch mehr. Und das noch. So. Wow 1000 schon. Cool. Cool. Was wäre. Hm. So das haben wir jetzt. Oh, ein schönes Ding. Kapitel 3. Wow, das haben wir auch schon alles. Unglaublich. Oh, das ist auch sehr schön. Cool, einsammeln. Kapitel 4. Nice. Haben drei einfach geskippt. So. Was haben wir da? Sternbild. Wirbelnder Wind. Oh, was. Erinnerung des sausenden Sturms. Zur Aktivierung von Sternbildern. Cool, das haben wir gerade. Wirbelnder Wind muss erst aktiviert werden. Zieht Gegner und Objekte innerhalb eines Radius von 5 Meter bei Anwendung von Windschwert langsam vor die Figur. Und Windschwert. Okay, wir müssen das machen. Das Pult Gegner. Talente. Windschwert. Das ist die Kuh. Ja. Wir checken das mal kurz auf. Sternbild, was er noch kann. Erhöht die Aufladerate. Cool. Erhöht die Stufe der Fähigkeit. Also mehr Damage. Verringert den... Während der Dauer von Windschwert erhielten Schaden um 10. Okay. Ich rufe nochmal. Verringert den Anemo... WDS. Keine Ahnung, was ist das so? Weapon Damage? Ach, keine Ahnung. Und zielen denen mit Ruhe vor dem Sturm Schaden zu wird und um 20 Prozent. Elementar Wandlung. Den entsprechenden Elementar WDS auch hin. Oh. Wird nicht so gut. Mit Daten. Wird nicht so gut. Na? Das ist doch Paimon-Stimme. sure would be nice to spend a night at the goth grand hotel naja das war's in vorne lassen wir mal in ruhe gometrik durch mond statt köcheln auf jagd sie verfolgen wir wollten dich doch in ruhe lassen der hat gar kein schild schmierig vor da müssen wir hin da sehe ich was wir laufen langsam hin jetzt wenn wir kommen herr so Wow, lecker. Äh, bist du eine Jägerin? Mein Name ist Ray. Äh, wir sind Freunde. Was? Die hat ihren Freund nach einem Gericht benannt. Du könntest mich auch nach meiner Meinung fragen. Gumi trifft durch den Mondstadt. Okay. Hilft sein Ding dabei, rohes Fleisch zu sammeln. Wowie, das ist großartig! Und schon ist sie in ihrer eigenen Welt. Ja. Ja. Okay. Okay. Oh, wieder rumrennen. Du scheinst das schon öfters, öfter gemacht zu haben. Haha, ich kann mich einfach nicht helfen, wenn es eine Chance gibt, etwas Neues zu versuchen. Aber ich kann nicht genau meine ganze Küche mit mir, wenn ich das Haus weggebracht habe. Gib mir einen Moment, bevor ich alles bereit habe. Hey! Was denkst du? Was? Das ist das Böre natürliche Habitat. Du kannst sie hier nicht schüttern. Du kannst sie hier schüttern. Du kannst sie alle rüber. Wir schüttern wissen besser, als zu töten, um den Ere zu holen. Oh, ich verstehe. So kann man das auch sehen. So kann man das auch sehen. Und ich dachte nicht, was wir haben. Ah. Du solltest zu Drath entspringen. Als unser Leiter, er stresst immer die wichtigste, dass die Regeln der Hunde respektieren. Ich habe Angst, dass er gerade sehr schützt ist. Äh. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich habe einen Fehler gemacht. Und ich sollte zu entspringen. Okay. Wir werden mitkommen. Danke, Leute. Ich bekomme noch etwas leckeres Snacks für euch, wenn es vorbei ist. Okay. Don't worry. Paimon will remember even if you forget. Drath ought to be in Springvale. Let's go! So, Stufe 14. Cool. Tolles Wetter. Sprich mit Catherine. Warte, das ist die falsche Quest. Wir wollen zu Xang Ling. Das machen wir erst in der nächsten Folge, Leute. Haut rein.